Die Dämonenarmee Der beste Krieger des Königs, Sir Daniel Fortescue, führte die Streitkräfte in der Schlacht gegen die unheiligen Horden an. Noch heute erzählen Lieder von seinem mutigen Ansturm, wie die Dämonenscharen vor ihm fielen wie Fliegen und wie er trotz tödlicher Verletzungen den Zauberer mit allerletzter Kraft vernichtete. An diesen Tagen ging Fortescue als Held von Galamir in die Geschichte ein und eine Zeit des Friedens begann, die 100 Jahre andauerte. Doch der Zauberer kehrte zurück. Die Dämonenarmee 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Das kleine Licht, das euch folgt, ist ein Irrlicht. Die Helden der Halle sollen sich nicht in das Leben des Sterblichen einmischen. Aber als sie hörten, dass Sir Daniel Fortescue eine zweite Chance erhält, da entschlossen sie sich, euch beim räumlichen Sehen zu unterstützen. Es umkreist Gegner, was euch beim Zielen mit Fernangriffen hilft. Zeigt euch aber auch, wenn ihr etwas näher untersuchen solltet. Geht euch! Lasst euch nicht von Zombies unterkriegen. Versorgt Wunden, indem ihr in diesen Jungbrunnen steigt. Versorgt Wunden, indem ihr in diesen Jungbrunnen steigt. An etwas Zeit, um die Schönheit von Galamir zu genießen. Haltet euer Auge nach interessanten Details offen. Versorgt Wunden, indem ihr in diesen Jungbrunnen steigt. Vergesst nicht, der Blick eines Engels bringt alles ans Licht. Versorgt Wunden, indem ihr in diesen Jungbrunnen steigt. Füllt sich der Kelch ein wenig. Füllt ihn und sammelt ihn dann ein. Dann seid ihr würdig, im heiligen Heldensaal eine neue Waffe zu erhalten. In jeder Region von Galamir befindet sich ein Kelch. Sie alle sind versteckt oder gut bewacht. Nur ein wahrer Held kann sie alle bergen. Die Welt der Leben. Liebenden liegt jenseits dieser Schädeltur. Der Meister des Bergmausoleums, der Buntglas-Dämon, besitzt den Schädelschlüssel. Mathe zu fü�. Wir Kneière par seinen Kuchen. Fat-Seriein wird dabei sein. Herwehr, die'de ich. Schon wieder verbinden wird weiter. Bestätigen Sie2. Das ist aber gut. Nachi! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Landstruhe ich etwas im flachen Wasser herum, aber wagt lieber keinen Schwimmversuch, denn für jene von Totem Gemüt kann der Auftrieb ein Problem sein. Untertitelung. BR 2018 Vorsicht! Hinter diesen Toren wartet Zarok und heckt mit den Dämonen aus dem Mausoleum bereits die übelsten Pläne aus. Ein kleiner Niemand sollte sich schleunigst aus dem Staub machen.